Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit eurem Lieblingspodcast World of Ghibli, dem Podcast um und über und um das Studio Ghibli und die Welt des Animes. Mein Name ist Shaggy Schwarz an meiner Seite. Nach einer langen Pause ist er wieder da, Thomas van der Scheck. Hallo Thomas. Konnichiwa, Shaggy Senpai. Konnichiwa, liebe Zuhörer. Ja, wie sehr habe ich diese Begrüßung vermisst? Ihr habt uns etliche Anfragen gestellt. Wo seid ihr? Wann können wir euch wieder hören? Wir vermissen euch. Wir sind wieder zurück. Es gab ein paar private Dinge, ein paar Veränderungen im Leben. Die haben uns dazu gezwungen, auch mal eine Pause einzulegen. Gesundheitlich wie beruflich in deinem Fall. Letzteres wahrscheinlich auch. Also wir sind wieder da und um mit euch über die Welt des Animes zu sprechen. Und nicht nur das, wir sprechen auch über was ganz Besonderes heute, denn wir haben einen Grund, warum wir jetzt auch wieder zurück sind. Denn etwas anderes steht kurz bevor, lieber Thomas. Ganz genau. Das dritte Bansai Anime Festival in Fulda steht vor der Tür vom 20. bis 22. Oktober. Ja, wieder in Fulda im Kino 35. Drei Tage, acht Filme, acht Meisterwerke, wie es so schön heißt. Da haben wir wirklich einiges zusammengepackt. Du natürlich vor allem. Ich bin da in der Vorbereitung gar nicht mit aktiv gewesen. Einfach auch Zeitgründen. Ich schaffe das einfach gar nicht mehr. Aber du bist da natürlich mittendrin, statt nur dabei beim dritten Bansai Anime Festival. Was erwartet uns da, lieber Thomas? Was werden wir sehen? Ja, wie du schon gesagt hast, acht Filme, acht Meisterwerke. Wir werden so wunderbare Filme zeigen, wie Ponyo und mein Nachbar Totoro, aber auch Weathering with You und Violet Evergarden, der Film und Millennium Actress von Satoshi Kon. Aber auch leider nicht ganz so bekannte Filme, die zwar noch nicht so alt sind, aber irgendwie nicht so die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten. Wie zum Beispiel Goodbye Don Gris und Fortune Favors Lady Nikoko. Ganz großartige Filme. Ja, vielleicht leider, dass die noch nicht so bekannt sind. Nicht leider, dass wir die zeigen, sondern leider sind sie noch nicht so bekannt. Die beiden Filme habe ich selber auch noch nicht gesehen. Die anderen Filme habe ich natürlich alle gesehen und freue mich trotzdem umso viel mehr, dass die auch dabei sind. Gerade diesmal auch wirklich zwei Ghibli-Produktionen, die dabei sind. Zwei unserer absoluten Lieblingsproduktionen plus natürlich solchen modernen Klassikern wie Weathering with You schon dabei. Wie kam es zur Auswahl? Wie setzt sich sowas zusammen? Ihr seid ja mittlerweile auch ein kleines Team an Leuten, die da auch ein bisschen wahrscheinlich in der Filmauswahl beteiligt sind. Oder wie hat sich das gestaltet, lieber Thomas? Ja, also das Team wächst ums Bansai-Festival. Und wir haben eigentlich eine kleine Gruppe von Leuten, die sich mehr oder weniger unregelmäßig, aber wir versuchen es einmal in der Woche treffen und wir schauen uns Anime-Filme an und dann entscheiden wir anschließend, wäre das ein Kandidat fürs Festival. Insofern alle Filme, die wir jetzt zeigen beim Festival, haben wir in dieser Gruppe entschieden. Und ansonsten im Orga-Team, was das Festival betrifft, haben wir dann wieder eine andere Gruppe von Leuten, die dann wirklich sehr tatkräftig dabei sind, Werbung zu machen, Flyer zu machen, die Social-Media-Kanäle zu füttern. Und ja, also das läuft mittlerweile alles ganz gut und alle sind sehr, sehr engagiert. Während ich an dem Wochenende leider in Darmstadt und Würzburg Moderationsjobs habe und da leider nicht vor Ort sein bin, bist du aber vor Ort, wirst die Leute begrüßen, aber das machst du diesmal auch nicht alleine, oder? Nein, mittlerweile haben wir den Fabian Weller dabei, ein absoluter Anime-Nerd, also was der an Wissen über Anime und auch Background-Wissen hat, da können wir beide uns noch eine echte Scheibe von abschneiden. Ja, und ich bin auch sehr glücklich, dass der Fabi mittlerweile am Start ist und mit dem werden wir jeden Film beim Anime-Festival auch anmoderieren. Ja, ganz liebe Grüße von mir an den Fabi. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal begegnet sind. Ich freue mich drauf, wenn wir uns das erste Mal auch sehen. Sehen ist ein gutes Stichwort. Es sind ja, die Filme werden wir, zumindest die Abendfilme werden wir natürlich auch im Original mit deutschen Untertiteln sehen, oder? So muss es doch sein. Ganz genau. Wir werden eigentlich nur Ponyo und Totoro auf Deutsch zeigen, weil das die beiden 16-Uhr-Filme sind und da erwarten wir natürlich auch viel junges Publikum und denen, denke ich, kann man nicht unbedingt zumuten, dass sie Untertitel mitlesen. Aber alle anderen Filme, so wie es sein soll, mit der Original-Emotionalität, die Animes ja auch quasi ausmachen, mit Untertiteln. Ja, so muss das auch sein. Wir fangen an am Freitagabend um 19 Uhr, am 20. Oktober. Da geht's los mit zwei Filmen an dem Abend. Freust du dich auch besonders auf den ersten Abend? Weil das ist ja quasi so der Abend, wo auch Filme gezeigt werden könnten, die vielleicht noch nicht die meisten gesehen haben. Genau. Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir das Festival starten mit dem schon bereits eben erwähnten Goodbye, Don Gris. Ein wunderbarer Film über Freundschaft, der auch fantastisch aussieht. Also den sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Und ich glaube, den haben auch noch nicht so viele gesehen. Insofern hoffe ich wirklich auf eine rege Teilnahme. Und danach, dann gleich im Anschluss mit 20 Minuten oder 30 Minuten Pause, kommt dann I Want to Eat Your Pancreas, ein echter Klassiker. Die Pause könnt ihr natürlich auch nutzen, um mit Gleichgesinnten auch ein bisschen in den Talk zu treten. Da werden ja viele Menschen sein, die sich ja wirklich für die Anime wahrscheinlich eine der größten Leidenschaften im Leben ist. Ähnlich wie für dich, lieber Thomas. Mit dir kann man da auch quatschen an dem Abend. Da freuen sich sicherlich auch viele drauf, dich endlich auch mal kennenzulernen, die vielleicht noch nicht da waren beim Bansai Film Festival. Ja, ich hoffe, dass ich dafür Zeit finde, weil irgendjemand muss ja auch in den Pausen und vor und nach dem Film hinter der Theke stehen und den Leuten Getränke anbieten. Falls ich ein Zeitfenster habe, freue ich mich natürlich sehr mit euch über Animes und über Filme und über das Festival und überhaupt zu reden. Ja, aber anfassen könnt ihr ihn auf jeden Fall. Am 21. Oktober um 16 Uhr, am Samstag geht es weiter mit Ponyo. Leider bin ich nicht da, da ärgere ich mich wirklich sehr, den mal auf großer Leinwand sehen zu können. Das habe ich leider noch nicht, deswegen ärgere ich mich da so ein bisschen. We're having a review an dem Abend, das ist natürlich bestimmt für viele auch eines der Highlights beim Festival in diesem Jahr. Und danach der von dir angesprochene Fortune-Flavers Lady Nikuku, heißt der? Nee, Fortune-Favers Lady Nikuku. Was gibt es über den Film vielleicht kurz zu sagen, weil den kenne ich auch nicht. Vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Worte zu dem Film. Ja, da geht es quasi um eine Mutter mit ihrer Tochter, die unterfiedlicher nicht sein könnten. Die Mutter ist ein bisschen naiv und immer fröhlich und da geht es augenscheinlich immer gut. Aber wenn man anfängt, irgendwie mehr in die Figur, in den Charakter einzusteigen, merkt man, dass es eigentlich alles Fassade ist. Und dann kommt die Tochter, die eigentlich eher introvertiert ist und sich irgendwie immer für ihre Mutter schämt. Und dann klärt sich quasi das ganze Verhältnis zwischen den beiden. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner und sehr emotionaler Film. Den sollte man auch sich nicht entdecken lassen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sollte man definitiv gesehen haben. Klingt spannend, sieht auch toll aus. Ich habe mir den Trailer angeschaut. Sieht sehr, sehr toll aus. Schade, auch hier, dass ich nicht da bin. Noch schader, dass ich nicht da bin, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Sonntag 16 Uhr geht es ja mit dem Film los. Ohne den es vielleicht unseren Podcast so gar nicht geben würde. Mein Nachbar Totoro wird laufen am Sonntag da. Das ist natürlich auch wieder ein Riesenhighlight, oder? Ja, also da muss ich auch nochmal sagen, dass ich wirklich sehr, sehr froh darüber bin, dass wir es jetzt auch tatsächlich geschafft haben, Ponyo und meinen Nachbar Totoro lizenzieren zu können. Das ist ja, ja, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Ghibli-Filme wirklich im Kino zeigen zu können, das ist mit so vielen Auflagen verbunden. Das ist wirklich nicht immer einfach und deswegen bin ich besonders glücklich, dass wir es geschafft haben, dieses Jahr Ponyo und Totoro zeigen zu können. Ja, da kannst du auch auf jeden Fall stolz und glücklich sein, dass die dabei sind. Das schafft nicht jeder so, die Filme dann auch zu lizenzieren. Violet Evergarden, The Movie am Sonntag noch und Millennium Actress schließt dann das Festival auch ab. Auch ein Film, den ihr gesehen haben solltet. Auch da sieht der Trailer fantastisch aus. Also eine super große Auswahl, die ihr da getroffen habt. Vielen Dank, lieber Thomas, für wirklich diese fantastische Auswahl. Ja, den Dank nehme ich gerne an und ich mache das ja auch ein bisschen für mich. Ich freue mich auch wirklich auf alle acht Filme. Also da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, den haben wir jetzt einfach so reingenommen, sondern wirklich jeder Film ist großartig und sollte auf der Leinwand gesehen werden. Und auch wenn ihr von den einen oder anderen gesehen habt, mit vielen Gleichgesinnten zusammen oder mit Leuten, die bisher noch gar keine Berührung hatten mit Anime, die ihr dann überzeugen könnt, wenn die Filme nicht alleine von überzeugend genug sind. Das ist ja eine Mission. Und du machst es ja nicht nur für dich, sondern es werden ja sehr viele Gäste auch erwartet, auch von außerhalb. Und für die, die nicht wissen, wie kann ich in Fulda übernachten, wo kann ich übernachten, haben wir sogar auf der Banzai Anime Fulda Homepage auch extra einen Reiter, wo ihr quasi Hotels findet, wo ihr auch Sofas findet, quasi beim Couchsurfing und so weiter. Auch da könnt ihr dann unterkommen, da findet ihr alle Informationen, wie ihr in Fulda übernachten könnt. Auch wo man die Tickets bekommt, Thomas, oder? Wo bekommt man die Tickets? Die Tickets sind diesmal im Vorverkauf über das Kino 35 zu bekommen. Also wenn ihr Tickets im Vorverkauf möchtet, quasi ein Ticket für das gesamte Festival oder nur für die Abendfilme, dann geht ihr einfach auf die Seite vom Kino 35 und da werdet ihr dann quasi weitergeleitet zum Vorverkauf. Sehr gut. Über zweite Filme haben wir schon gesprochen, über den dritten, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, werden wir noch sprechen, denn mit unserem Podcast geht's auf jeden Fall weiter. Aber ich finde auch, da sind ein, zwei dabei, die wir vielleicht auch mal in die engere Auswahl nehmen sollten, über die wir bestimmt auch mal mindestens ein, zwei, über die wir mal sprechen sollten in unserem Podcast. Und über einen, über den wir auch sprechen müssen, und das wird auch bald passieren, ist natürlich der neue Miyazaki-Film. Hast du ihn mittlerweile denn schon gesehen? Nein. Und ich glaube auch, die meisten von uns haben ihn noch nicht gesehen, weil wir wissen auch noch nicht, wann er nach Deutschland kommt. Aber sobald er kommt, dann werden wir ihn uns anschauen und werden auch dann schnellstmöglich über den neuen Miyazaki-Film The Boy and the Heron reden. Ich will ihn auf jeden Fall auf großer Leinwand das erste Mal sehen, nicht irgendeiner schlechten, illegalen Kopie irgendwo im Internet. Nein, das muss auf jeden Fall auf einer großen Leinwand geschehen. Ich bin schon richtig heiß. Richtig heiß bin ich auch auf die Zukunft von unserem Podcast, denn ich habe es ja gesagt, wir sind zurück. Aber warum waren wir denn so lange nicht da? Also fangen wir mal mit dir an, lieber Thomas, denn du hast dich beruflich auch schon sehr verändert. Du hast die japanische Kultur noch mehr aufgesaugt und bringst sie auch den Menschen näher, sogar in den Körper, in den Magen hinein. Habe ich recht? Ganz genau. Ich habe nämlich die letzten Monate damit verbracht, in Fulda die erste Ramenbar aufzubauen, die dann auch tatsächlich sehr gut angenommen wird. Und habe alle Rezepte der Ramen, die wir anbieten. Wir haben nur eine sehr kleine Auswahl und keine überbordende Speisekarte. Dafür stehen wir aber auch wirklich zu 100 Prozent hinter jeder Ramen, die wir anbieten. Und momentan haben wir Miso-Damen im Angebot und Shoyo-Damen. Und jetzt den Sommer über hatten wir auch noch Hiyashi-Choke, das sind eher kalte Ramen, wo nach dem Kochen die Nudeln runtergekühlt werden, in einer Soße geschwenkt werden und dann die Toppings oben drauf kommen. Aber die sind jetzt nur noch ein, zwei Wochen zu haben und dann bieten wir saisonal Tantamen-Rahmen an. Genau die richtigen Rahmen für die kalte Jahreszeit. Freue ich mich drauf, wenn ich mal wieder bei dir vorbeischauen kann. Denn ich muss sagen, es klingt nicht nur lecker, es ist auch fantastisch lecker. Super Qualität, also viel besser kriegt man es woanders auch nicht. Also ich bin wirklich großer Fan deines Rahmenladens, deiner Rahmenbar geworden und bin gerne da, wenn ich in Fulda bin. Denn ich bin gar nicht mehr so oft in Fulda, nur noch zum Arbeiten. Das waren die Veränderungen bei mir privat, eigentlich aus Fulda weggezogen. Also mein Hauptwohnsitz, mein Inoffizieller zumindest, ist nicht mehr in Fulda. Das heißt, ich muss immer eine Stunde nach Fulda fahren, um nach Fulda zu kommen. Zum Arbeiten komme ich da hin, denn auch da hat sich bei mir ein bisschen was verändert. Ich habe meinen alten Job gekündigt. Da kommen wir nochmal zu den privaten Dingen vielleicht, denn es war mir irgendwann alles zu viel. Also ich hatte tatsächlich so ein Burnout und konnte dann irgendwie nicht mehr und musste mich ein bisschen zurücknehmen, musste was verändern im Leben, obwohl mir alles total Spaß gemacht hat. Es war einfach zu viel. Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht mit Podcast. Also Podcast, ein großer Eckpfeiler meiner Selbstständigkeit und das Theater, das Schauspiel. Ich bin ja gelernter Impro-Schauspieler und gelernter Clown auch und habe jetzt eine eigene Impro-Theaterschule mit einem eigenen kleinen Theater eröffnet in Fulda. Und das war auch eine Heidenarbeit, muss ich sagen. Da läuft es jetzt großartig, also mit über 100 Schülern in der Woche. Ich gehe auch in die Kinder-Jugendpsychiatrie, unterrichte da die Kinder und Jugendlichen, denen es nicht so gut geht. Gehe auch in Schulen, in Grundschulen und habe aber auch sehr viele Erwachsenengruppen. Und auch da geht es voran und macht unglaublich Spaß. Hat sehr viel Arbeit gekostet, sehr viel Kraft auch gekostet. Und da war einfach für vieles andere in der Zeit keine Zeit. Deswegen gab es so eine lange Pause bei uns beiden. Und deswegen freuen wir uns aber umso mehr, wieder zurück zu sein mit World of Ghibli, lieber Thomas. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, jetzt dann doch wieder ein Zeitfenster gefunden zu haben, wo wir Podcasts aufnehmen können. Weil, wie gesagt, wer selber noch keine Rahmenbar eröffnet hat, der weiß nicht, wie viel Arbeit da wirklich hinter steckt. Generell als Selbstständiger heißt, es heißt ja nicht umsonst, wenn man selbstständiger ist, ist man selbst und ständig. Also das heißt, man hat deutlich weniger Zeit. Man muss viel mehr tun. Man ist natürlich sein eigener Chef, das ist ein Vorteil. Aber die Zeit ist irgendwie nicht mehr vorhanden. Die war ja vorher schon bei uns beiden, vor allem bei mir, auch schwierig. Aber mittlerweile ist es natürlich noch schwieriger. Aber wir haben ein Zeitfenster gefunden, wo wir zukünftig aufnehmen werden. Erstmal wieder monatlich sind wir jetzt zurück. Im nächsten Monat kommt eine tolle Folge. Können wir schon verraten, welcher Film das sein wird? Ja, das sollten wir auch tun. Und zwar werden wir Okko und ihre Geisterfreunde besprechen. Weil wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, nachdem wir alle Ghibli-Filme, jedenfalls alle aktuellen, aktuell verfügbaren Ghibli-Filme besprochen haben, dass wir weiter über Filme reden wollen, die zwar nicht aus dem Studio Ghibli kommen, aber quasi Ghibli-Flair haben. Und dazu gehört Okko und ihre Geisterfreunde auf jeden Fall. Den hatten wir auch schon, ich glaube, beim ersten Banzai-Anime-Festival mit am Start und der hat uns beide begeistert und der wollten wir unbedingt drüber sprechen. Das wird nächsten Monat soweit sein und dann haben wir noch einige weitere Überraschungen für euch vorbereitet. Ich freue mich drauf, Thomas. Freust du dich auch? Ich freue mich sehr. Ja, wir sind beide glücklich. Kommt vorbei beim Banzai-Anime-Festival. Vielleicht schaffe ich es Sonntag ein bisschen früher, dann aus Würzburg zurück zu sein, um mir zumindest noch den letzten Film. Und wenn alles klappt, anzuschauen, kann ich noch nicht versprechen, ich tue mein Bestes und dann sehen wir uns vielleicht dort. Ansonsten hören wir uns wieder voneinander. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir, lieber Thomas. Ja, also wenn ihr noch mehr Infos wollt über das Banzai-Anime-Festival, weil das jetzt hier alles doch relativ schnell ging, geht auf die Seite www.banzai-festival.de. Da bekommt ihr wirklich alle Infos. Folgt uns auf unserem Instagram-Account. Und unter Banzai-Anime-Festival. Folgt uns auf Facebook und informiert euch und lasst euch alle zwischen dem 20. und 22. Oktober im Kino 35 blicken. Ich danke euch, dass ihr zu uns zugehört habt und sag Mattane. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020